Ich glaube, wir müssen tatsächlich von oben nach unten darauf gehen. Oh, dass der immer nicht bremst. Bremst doch, Japani. Da. Das Grundstück hatte ich schon lange vor den Büschen befreit. Von den Büschen befreut. Leider wuchsen sehr lange keine Kräuter und Pilze mehr drauf. Ja, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ich habe gerade noch einen Busch gesehen, aber ist egal. Mal die Frage, wenn ich jetzt Baumsetzlinge kaufe, muss ich da mit dem Anhänger hin? Nein, die kaufe ich in die Tasche, oder? Ja, die Tasche kaufe ich... Nein, ich will da nicht einstrengen. Die kaufe ich in die Tasche. Okay, so, mein Bester. Jetzt du. Wir haben Eichen 5 noch. Fichte und Kiefer, Birken gar nicht. Okay. Kommt auf die Größe der Handtasche an. Doch, da passen einige Lippenstifte rein. Also werden wir da auch einige Baumsetzlinge reinbekommen. It's indeed my yard dropped when I saw the prize. In die Tasche. Gut. Wir fahren aber nicht mit dem Traktor hin. Ganz bestimmt nicht. Hallo, liebe Miri. Einen wunderschönen Feierabend dir gewünscht. Wir fahren... Zack, mit dem Buggy. Wir fahren mit dem Buggy. Das geht am schnellsten. Auch wenn mein Spiel gerade extrem ruckelt. Ei, was ruckelt das Spiel. Seht ihr das? Das ist extrem ruckelt, das Spiel. Jetzt ist es wieder besser. Hä, was ist das? Ich hatte mich ja mal mit der Lavizina unterhalten, dass das Spiel immer dann ruckelt, wenn die Schatten ungünstig sind. Ob das jetzt der Fall ist, kann ich gar nicht sagen. Hallo, hast du einen Moment Zeit? Nur eine Minute, wir sind hier alle beschäftigt. Was brauchst du? Äh, was kann ich hier verkaufen? Nein, ähm... Möchtest du handeln? So. Ich hab die Gute, oder? Ne, ich hab die Zweitgute. Das ist die Beste. Das ist die Beste. Ach, egal. Wir brauchen aber Sonstiges. Birke, Eiche. Wir wollen Eichenbäume pflanzen. Wie viel passen da rauf? 100 passen da bestimmt nicht rauf, oder? Ich werde auf jeden Fall nicht in die Berge hochgehen. Weil ich da dann auch das mit den Pflanzen nicht so gut hin... Ich sag mal, 100, okay? Wir kaufen 100 Stück erst mal. Ich glaube, damit können wir leben. Ähm... Ja. Machen wir so. Jetzt sind wir A und B, die Kirchenmäuse, aber was soll's. Guck mal, wie das ruckelt, das Spiel, wenn ich jetzt fahre. Da ist das krass, aber ich hab auch keine Auslastung, gar nix. CPU oder sonst irgendwas, nix ausgelastet. Grafikkarte nicht ausgelastet. Was ist los? Warum gehen die FPS so in den Keller? Nicht gut. Gar nicht gut. Ich mach nicht das erste Mal aufforsten. Nein, ich hab schon ein ganzes Waldgebiet aufgeforstet. Und ich habe tatsächlich... Ähm... Warte, warte. Dieses hier habe ich aufgeforstet. Da sind sie, wenn du liest, gepflanzte Setzlinge, 100 Stück. Und da soll ein toter Stamm sein, der da aber nicht ist. Also ich tue tatsächlich nicht das erste Mal aufforsten. Ich hatte hier jetzt noch irgendwo einen Baum gesehen, den ich noch wegsemmeln wollte, aber... Irgendwie bin ich blindfisch. Ja, egal. So, wir machen... Wir wollen Eichensetzlinge. Setzlinge geladen, oder? So. Einmal den Röntgenblick anmachen. Ich weiß nicht, ob es jetzt was gebracht hat. Nein, hat es nicht. Aber jetzt... Jetzt hat es was gebracht. Also in dem Umkreis werden wir tatsächlich nicht pflanzen können. Und ich werde auch nicht ganz hier am Rand pflanzen. Wo das vielleicht eine Idee wäre. Aber das wird zum... Warte mal, wir gehen mal hier von diesem Kreis aus weg. Ach, ich soll ja nicht mit Kontrolle erfahren. Stimmt ja, ich muss das ja mit... Ach, ja. Ich soll das ja nicht mit Kontrolle erfahren. Jetzt geht's wieder los, das Gejucke. Aber egal. Also wie gesagt, ich werde die Bäume jetzt hier nicht von Anfang an pflanzen. Vorhin am Anfang. Denn... Das ist mir zu stressig zum Sägen. Oder doch? Wollen wir die doch am Anfang machen? Aber ich weiß gar nicht, ob die da überhaupt was werden. Werden die da am Rand irgendwas? Gute Frage. Nächste Frage, ne? Die werden was. Okay. Na gut, dann nehmen wir hier den Rand erstmal. Äh. So. Nein, nicht aussteigen! Warum machst du das? Stopp. Äh, ha. Ich hasse es mit Tastatur. Ja, Mann. Ein Stückchen weiter. Stopp. Runter. Einlassen. Geht noch nicht. Nein! Och, Mann. Mann. Ich drücke immer auf E. Ich drücke immer auf E statt auf W. Mann. Mann. Weil der auch keine Bremse hat, der blöde Traktor. R. R. Aber der setzt gar nicht erst einen da hin. Weil es nicht drinne ist im Kreis. Okay, warte. Ich hab wieder E gedrückt. Fahren mit Tastatur ist bei Andrina Katastrophe. Wirklich. Außerdem rutscht er runter. R. F. Nein, wieder E gedrückt. Warum mach ich sowas? Jetzt hat er... So, R. R. F. R. R. F. So. Nimm die rechte Außenkante. Nein, ich nehme das E zum Aussteigen. H. Ja. Nein. Es ist doch echt nicht normal. Warum ist Aussteigen auf E? Okay. das ist spannend ich gehe doch mal das ist spannend wenn ich wenn ich auf weh drücken möchte dann ist das wirklich nervig warte mal stopp warum hat er einfach keine bremse das ist doch echt nicht normal so da hinten weiter rein pflanze ich sowieso nicht ich gehe jetzt an diesem kreis entlang an denen kreuzen leute ich krieg die krise andrina und fahren ist echt so schnittpunkt noch ein stöckchen er f ja mit punkt crotters vielen dank für deine pits dankeschön ich kriege hier die krise es tut mir leid ich nächster schnittpunkt wäre hier theoretisch dankeschön noch gehen wir weiter zurück dann fahren wir so froh dann haben wir jetzt hier theoretisch er bitte pflanze jawohl da ist der nächste punkt er dann haben wir hier den nächsten punkt so ja dann haben wir da die nächsten punkt ja so dann haben wir hier den nächsten punkt und das wird auch der letzte auf dieser seite sein weil hier der tägliche baum ist so so ah noch ein bisschen hier können wir auch noch einen hinsetzen warte nein nicht ausstecken oh stopp stopp so r f so dann haben wir tatsächlich hier den nächsten punkt passt der schon passt fast perfekt hier r r f also ich finde so schlecht ist das gar nicht hier was ich hier fabriziere ja außer dass ich dauernd aussteige nicht so genau machen ich versuche es aber guck mal hier passt bestimmt einer hin so genau da geht den hier hin ja oder nein r f jawoll geht doch ja wenn hier einen hin können wir ruhig so ein bisschen mittig nehmen weil es ja um die kurve geht rf so so nein also tastaturfahren andrina keine so gute idee so dann haben wir hier den nächsten tun wir mal hier einen hinsetzen ich würde sagen das ist tatsächlich tastaturfahren andrina ist katastrophe jetzt haben wir natürlich hier so ein baumstammels kirchen dingels aber ist mir wurscht können wir trotzdem pflanzen ja f jawoll wollen wir hier auch noch einen johann guck mal da passt auch noch einer hin jetzt werde ich auch noch hungrig auch das noch ja f super klasse nee nicht e nein nicht e nicht e nein 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 nicht e so dann haben wir hier ein pünktchen warte mal dann müssen wir die müssen uns mal ein bisschen genauer nehmen weil das kommen wir hier nämlich durcheinander so stopp re nein nicht re genau schlange so dann können wir uns da nochmal ein pünktchen nehmen der geht auch noch dass man nicht hier präzisions arbeit ist vom allerfeinsten rf er so dann gehen wir jetzt auf diesen hier oder 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 wir gehen mal hier ins eck rein da ist schon einer na der kreis ist so der kreis ist so dann gehen wir hier hin großzügig ja und f genau wenn das mal nicht gute präzisions arbeit ist jetzt wisst ihr warum ich mich davor immer gedrückt habe und mir fehlt es dann jetzt auch wie schuppen aus den haaren aber irgendwann müssen wir ja damit mal anfangen das ist ja nun mal so wollen wir hier noch da ist schon eine da ist schon eine hier berg an noch die wars net berg an das sind wir nicht so gut na aber nicht da so schlimm ist das nicht kommen das kriegen wir hin mit k nee ich kann es scrollen noch kann mit dem mausrad scrollen noch dann komme ich noch ein bisschen raus ach so er mit dem mausrad können wir noch scrollen das geht noch jetzt müssen wir da mal gucken dass wir natürlich wir müssen gucken wie wir ausschauen steigen wie wir jetzt hier weiter kommen da ist einer da ist einer hier müssen wir weitermachen dieser punkt